Und dann habe ich sie von da wieder hier hingepflanzt. Komm her, Emmi, komm! Da ist er doch! Ja, da ist er doch! Emmi! Was ist denn? Der hat sie gebissen! Nein, der Hase hat ihn am Bein gebissen. Ja, Entschuldigung! Emmi hat doch gar nichts geführt. Ja, der hat noch ein Schrecken gekriegt. Ja, der hat sie doch am Bein gebissen. Kampfhase! Er hat auch nicht geschrien, er hat noch Schrecken gekriegt. Der hat ihn bis jetzt geknippt. Und dann hat er wieder die Hände dran. Emmi, komm mal her, schieb! Oh, Emmi! Oh, Emmi! Oh, Emmi! Das kann natürlich in der Not beißen. Aber dann läufst du, Emmi! Guck mal hier! Emmi! Pass auf, die beißt zurück! Sag mal, der spinnt wohl! Aber dann merkst du mal, wie der akastiert ist. Ja, aber wenn der sie beißt und sie beißt zurück! Ah, Emmi! Nee, komm mal her! Sag mal, du hast sie wohl nicht alle, Theo! Guck mal her! Guck mal her! Oh! Was macht dich? Guck mal her! Ey! Hörst du auf! Hörst du auf! Der Maße ist so doof! Er hat aber doch gemerkt, dass ich sehr schreit! Guck mal, du bist so brav! Ja, Mann! Ist brav! Emmi, das ist brav! Entbegung, du bist so brav! Begge zu mitten, wenn du nicht!